Und herzlich willkommen! Wir sind auf dem Kobalt-Plateau Nummer 7 schon inzwischen und es scheint uns nur noch eine Runde jetzt zum trennen vor dem ersten Film und dem ersten Eides-Befehl Okay, dann müssen wir uns hier in die Kombi-Ong-Fairt, das heißt hier der Anführer, der bestimmt wo angegriffen wird Das heißt wir schützen hier Okay, ich habe einen Knie-Termen, das ist hier Hm, ja, ich bin schützt hier So, ich hab noch einen Takt, ich hab noch einen Takt. Ich hab noch einen Takt, so wie ich die Takt mit dem. Ähm... Ich hab noch einen Takt mit dem Takt. So, ich hab noch einen Takt mit dem Takt. Gut, Wunde geschafft! Warten wir auf die Bewerbung? Ja, das war sehr gut. So, ich gestern wieder mal. Wir bringen mich da. Und natürlich mal wieder nichts hier. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen zum nächsten Mal. Und wenn wir jetzt in den großen Tränen. Ich bin gespannt, was für ein Endgegner auf uns wappert. Oder was für ein Zwischendruck auf uns wappert. Das wird spannend. Also bis morgen, dann tschschau tschau.